Mein Name ist Melissa Weiß, ich bin 20 Jahre alt, bin jetzt Azubine bei BoConcept im Stilwerk seit zwei Monaten, wurde von der IHK vermittelt über das Unternehmen. Ich war nämlich auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Da hat mir Frau Breuer aber geholfen, eine Stelle im Einzelhandel zu finden und diese habe ich dann jetzt durch ihre Hilfe und durch die Hilfe der IHK gefunden. Die Ausbildung bei BoConcept ist natürlich in erster Linie für den Verkauf oder die Einrichtungsberatung angedacht, aber es wird auch das ganze Unternehmen durchlaufen, von der Buchhaltung über die Logistik, um einfach auch den jungen Leuten eine Chance zu bieten, ein ganzes Unternehmen kennenzulernen, um zu wissen, wie dort die Prozesse und Strukturen sind. Wir suchen für unsere Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk Düsseldorf den, die richtige Auszubildende. Da wir verschiedene Formate haben, über Azubi-Speed-Dating, über Schulbesuche, über einen Bewerbertag, war es tatsächlich so, dass wir samstags einen Bewerbertag hatten, der Herr Küpfer mich freitags angerufen hatte und ich natürlich das Glück hatte, zu schauen an dem Samstag, wer besucht uns, um dann den passenden Auszubildenden, Auszubildende für die Firma BoConcept zu finden. Dann habe ich gedacht, vielleicht wäre der Job auch was für dich und hat sich hoffentlich bestätigt. Genau, ich bereue die Entscheidung auf jeden Fall nicht. Ich bin sehr zufrieden, ich fühle mich auch sehr gut aufgenommen und habe ein sehr tolles Team um mich, sehr jung, sehr kreativ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.